Ja, Freunde, da sind wir auch schon bei der zweiten Folge von Stranded Deep. Ähm, oh Gott, kurzer Frame-Einbruch hier, warum auch immer. Ähm, na, hörst du wohl auf? Bösen, bösen Frames. Da gehen die FPS gerade nicht im Keller. Naja, auf jeden Fall. Ach, ich wollte was essen, ne? Ähm, ach komm, nehmen wir Kartoffeln. Ähm, ach. Noch eine ist aber auch verfressen, hier der Kleine. So, die FPS, die fangen sich... Oh, es geht aber. So, ähm, da wird die Axt einmal wieder geschwungen. Also hier die Holzachs, natürlich. Nichts anderes wird hier im Let's Play geschwungen. Nein. Nur die Holzachs und eventuell der Hammer. Obwohl, das hört schon wiederum komisch an. So, dann bauen wir das mal alles ab hier. Kommst du wohl mit? Aber ich finde gerade nicht, dass es aussieht wie... ...20. Naja. So, und ab das Ding in hier. So, und dann will ich gleich mal versuchen, unsere erste Foundation zu bauen. Wir könnten auch ein Floß bauen, aber ich finde... ...muss hier noch nicht. Ich weiß zwar nicht, wie die Haie reagieren werden. Kann nur sein, dass wir jetzt direkt... ...obwohl, den einen Tag haben wir ja überlebt. Dass wir dann am zweiten Tag direkt sterben werden. Und das will ich natürlich nicht hoffen. Ich hoffe, das Mausgeklicke nervt euch nicht zu sehr. Ich haue hier noch gerade wie ein Berserker auf den Lok ein. Damit das hier bald mal... ...zu Kleinholz verarbeitet wird. Und das passiert jetzt. Ah, perfekt. Ah, eine dicke, lange Palme, du. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, ihr könnt mir ja auch mal eine Bewertung da lassen, wie ihr das Spiel findet. Oder wenn ihr aber sagt, ähm, ich spiele über was anderes... ...macht mir einen Vorschlag und dann werde ich mich diesem widmen. Gar kein Problem. Wie gesagt, deswegen mache ich erstmal Survival Games... ...und Minecraft Minigames. Obwohl, das ist der eine... ...das heißt doch Survival Games. Stimmt ja. Ich labere wieder in Müll. Ihr müsst auch nicht immer zuhören. Gar kein Problem. Ah, die Sonne geht langsam auf. Ähm, das war's. So, die Axt wieder. Naja, auf jeden Fall. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich let's playen könnte... ...oder wenn ihr aber sagt, das Spiel ist super, macht das weiter... ...dann mache ich das natürlich weiter. Ähm, die Minecraft Minigames... ...Serie, die nehme ich bald auch auf. Und mal gucken, ich werde, wie gesagt, äh, wie eben schon angedeutet, ähm... ...Badwoss auf jeden Fall machen. Verschiedene Survival Games, vielleicht auch Ender Games. PvP... ...gerne. Wobei ich da ja nicht so... ...begabt bin. Aber das können wir ja ändern, natürlich. Ist ja gar kein Problem. Ah, jetzt habe ich wieder ganz normale FPS-Zahlen. Ja, komisch. Ach, ich gehe mir nicht auf den Sack. So, hier die ganzen Stickys. Das sieht super geordnet aus hier. So, die Kokosnuss brauche ich erstmal nicht. Ach, genau. Mein kläglicher Versuch. Campfire. Ah, will ich erstmal nicht. Ich will erstmal hier meine Plattform hinbauen. Ähm... ...dimm-dimm-dimm-dimm. Ach, boah, das sieht schon geil aus. Wenn man das mal so guckt. Sieht schon geil aus. Ich bin gerade verwirrt. Ach, genau. Ich wollte mal nach dem Yooka gucken. Ob ich hier eventuell... ...immer noch nicht... ...dimm-dimm-dimm-dimm-damm. ...ah, hier. So, das muss jetzt aber reichen. So, wenn die hier fertig ist, dann würde ich sagen, ist die da in diesem Bus auch noch nicht fertig. Was sagt die Uhr? Schon wieder Hunger? Ah, ist natürlich super. So, jetzt mal gucken. Jetzt aber. Immer noch nicht. Ich brauche mir einfach noch einen Stick. Hey, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Was machst du denn? Blame mich doch hier nicht. Hey. Brauche ich vielleicht vier Seile. Fünf Stickies? Ey, das ist das doch wohl. Brauche ich da vielleicht noch einen Stock. Ich bin gerade irgendwie. Och. Irgendwie, irgendwas mache ich hier falsch. Ey, Moment. So. Ihr seht, ich bin mit der Steuerung vertraut wie mit sonst irgendetwas. Kann ich nicht aus diesem Palmenwedel machen. Gar nichts. Kämpfeier. Ne, das kann ja nicht sein. Das würde mich jetzt arg wundern. Naja. Ich würde sagen, wir machen erst mal weiter. Gut. 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 Aber irgendwie regt mich das doch schon ein wenig auf. Ich muss mal ganz kurz. Ich. Moment. Das kann ich da jetzt nicht angehen. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Weil das ist doch jetzt. Ich hänge wie so ein sterbender Schwan. Stranded Deep Foundation. Ich gucke hier gerade meinem prima Smartphone nach. Und was es denn hier so Neues gibt? Hier, Foundation. Stranded Deep. Okay. Aha. Okay. Ja. Ja. Aha. Okay. Aha. Okay. Okay. Aber so. Ja. Du bist. Ah. Aha. Acht Sticks brauche ich. Warte. Da war ich ja nah dran mit meinem ganzen Material hier. Außerdem wäre das ja nur realistischer mit Lashings dabei. Okay. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Hier. So. Jetzt aber. So. Jetzt könnten wir die entweder so hochbauen. Will ich die denn überhaupt hinbauen? Hier. Hier einfach so hin geklatscht. So. Also leicht erhöht. Komm, dann baue ich direkt mal einen Zweiter. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Ein, zwei, drei, vier. Und das sind wir. So. Support. Nein. Foundation. Kann ich? Kann ich nicht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ja, das ist das spannendste Let's Play, was ich je in der Geschichte der Let's Plays gesehen habe. Der hat ganz außer Häuschen. Ich weiß es. Jetzt kommt hier der Regen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier. Und nochmal eins, zwei, drei, vier. Hier. Worum geht das? Hui. Na komm, dann kann ich dir die paar Sticks auch noch verbraten. Dann können wir das eigentlich anbauen überall. Ne? Glaube, ich muss mal wieder was essen. Ansonsten bangern wir hier noch und das wollen wir ja nicht. Das ist ja ganz schön laut hier. So, ein bisschen was trinken. Und hoch in die Luft. Und hoch in die Luft. Perfekt. So, kann ich die hier auch? Moment. Ah, perfekt sogar. Boah, mit einem Wurf. Ich bin schon echt ein krasser Typ. Boah, der Regen ist aber ganz schön nervig. So. Und so. Und so. Das müsste doch jetzt reichen. Ah, perfekt. So. Da kommt die nächste Palme dran. Ich guck mal, ich wollte die eigentlich hier so, wie so lang bauen. Ich muss irgendwas, werde ich mir da schon einfallen lassen. Mal gucken. Was man natürlich auch machen könnte, wäre, wenn ich jetzt hier nochmal eins und dann nochmal eins, zwei. Und dann würde ich hier so einen kleinen Steg bauen. Was dann so der Eingangsbereich wäre. Oder, ne, von hier am besten. Obwohl, ne, das ist ja blöd. Am besten so von hier. Ja, komm, da fällt mir doch, ich kenne mich doch. Ich bin doch hier sehr alte. Ha, ich. Junge, Junge, ich bin doch, ne. Wenn, wenn nicht ich, wer dann? Also, boah, das. Weiß ich leider selber nicht. So, Stickies abernten. Ah, komm, komm. Aber mir macht das ein bisschen Sorge, dass wir so wenig Steine haben. Müssen wir mal, das müssen wir mal im Auge behalten. So. Oh, Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Die Palmenwedel. Und Stickies. Die Coco Jumbo tun wir mal hier hin. Außerdem ist das ja erstmal so der erste Versuch. Nein, das klappt, wird nicht klappen. Das ist ja erstmal so der erste Versuch. Wir gucken einmal, was hier so passiert. Ich würde auch gerne mal woanders hinziehen. Nur, das ist ja leider etwas schwierig. So, komm mit, Schätzchen. Hast du Kokosnüsse fallen gelassen? Natürlich nicht. Warum auch? Hä, ernsthaft? Keine Kokosnüsse? So, nichts gebrauchen hier, du Trunk. Boah, das ist ja aber auch am Schütten, du. Na, komm schon. Haben wir es gleich ja geschafft. Und dann würde ich gerne mal das so ein bisschen fertig bauen schon mal. Dann könnte ich da nämlich direkt mal ein Bett reinstellen. Obwohl mit dem Bett wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger. Okay. Obwohl, ich hau einfach alles rein da in den Kessel und dann mal gucken, was da so Gutes rauskommt. Wenn wir Glück haben, finden wir ja vielleicht was. Wenn nicht, dann, ja. Dann nicht. Boah, ist das am Schütten. So, jetzt rauszufahren wäre der reinste Selbstmord. Dann könnten wir auch direkt einen neuen Spielstand machen. Ähm, warum liegen die, warum, was, warum? Warum liegt ihr da so einsam und verlassen? So, ich kann ja direkt mal versuchen. Warte, ich klatsche einfach mal ein paar Stöcke rein. Mit dem Hammer kann ich hier eine Foundation machen. Super. Ah, ich glaube, ich brauche viele Seile dafür. Irgendwas war doch da. Mit dem Hammer. Foundation. 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 Aber wie ihr seht. So. Bin ich immer. Hallo, was ist denn hier los? So. Ich brauche schnell ein Dach und dann kommt. Sonst werde ich hier quillig wieder quillig. Quillig wieder auf wie sonst was. So, die Jokapalm ist gut. Boah, habe ich sogar drei bekommen? Ne. Die noch nicht, aber die hier im Busch müsste doch eigentlich jetzt auch gut sein. Wo ist sie denn? Oh, das Rascheln und der Regen. Ah, ich kriege. Das würde mich gleich gerne erschrecken. Also soweit ich weiß, gibt es hier keine Einwohner. Ich finde natürlich scheiße, wenn doch. Dann möchte ich mich in die Hose machen. So wie in fast jedem Horror. Let's play. So, ich knall die einfach mal drauf und dann gucke ich mal, was es da gibt. Eine Foundation. Gut, die Sticke nehme ich mal wieder mit. Ah, Palmwiedel brauche ich auch. Na, obwohl. Warte, ich lasse mal kurz den Speer hier. So. Okay. Mal gucken. So, Stickies. Palmwiedel. Ergibt das jetzt schon was? Nein, das ergibt noch nichts. Mit einem Seil dabei. Machen wir einen Seil dabei. Ah, das ist es nämlich. Ich glaube, ich brauche auch viele Seile. Na, super. Ah. Ah. Ergibt das hier was? Und das ergibt hier auch nichts? Nein. Gut. Das ergibt was. Ah, toll. Ein Kämpfer, ja. Kein Bett? Nein. Ach, toll. Ich dachte, ich wüsste hier noch einige Rezepte auswendig. Aber leider doch nicht. Da muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Und jetzt brauche ich halt auch kein Bett mehr. Bett. So. Wo ist das Bett geblieben? Ein Bett im Strand. Wie ruhig das hier so auf einmal wieder geworden ist. Ein Dach ist vier Palmenwetel. Vier Palmenwetel, beziehungsweise eine Palmenform. Okay. So, sechs Stöcke, vier Palmenwetel und vier Seile. Hä? Schauen wir nochmal alles mit. Sechs Stöcke. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Sechs Stöcke. Jetzt aber. Nein. Hä? Wollen die mich verarschen? Ich, ich hab das hier grad offen. Also, ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Sechs Stöcke. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Sechs Stöcke. Vier Seile. Eins, zwei, drei, vier. Und vier Palmenwetel. Eins, zwei, drei, vier. Ja, super. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, sagt er so, dass er... Bitte was? Was machst du denn? Ich will den... Hallo? Ah. Okay, ja. Fast. Okay. Komm, komm. Ja? So. Vielleicht hast du gern noch da rum. Da rum. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Ist aber geil, dass du das einfach so verschieben kannst. So. Perfekt. Ah, perfekt. So, nochmal kurz umgesessen. So, wir haben endlich mal ein Bett geschafft. Das war wirklich eine sehr, sehr harte Arbeit. Ah, ist schon verdammt groß hier, das Bett. Kann ich das nicht mal so ein bisschen... Nee, nee. Ja, komm. Komm. Na? Ha? Komm, komm. Perfekt. So, es wird langsam wieder dunkel und wir widmen uns auch dem Folgenende. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Stranded Deep. Es hat Spaß gemacht, mit euch hier an dem kleinen, was auch immer, zu bauen. Wir werden es irgendwann mal herausfinden. Und bis dahin werden uns noch einige spannende Abenteuer erwarten. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.